Hallöchen Leute und willkommen zu einem ganz kurzen Video, in dem ich euch über die Kamera informieren möchte. Und zwar haben sich viele über die Kameraperspektive im Vorhinein beschwert, die sei ein bisschen zu komisch, man würde das Lenkrad nicht sehen, man würde eigentlich so gut wie gar nichts sehen. Ich kann euch die Lösung liefern, wie ihr die Kamera so einrichten könnt, wie ihr möchtet. Und zwar geht ihr dazu einfach ins Pause-Menü, geht da in die Präferenzen, entsprechend in die Grafikoptionen, dort in die Kameraoptionen und dann könnt ihr bei den verschiedenen Einstellungen entsprechend einrichten, wie ihr es denn gerne hättet. Das geht übrigens auch im Cockpit, beispielsweise hier das Blickfeld mal erweitert und das geht natürlich auch mit der Onboard-Kamera und auch mit der versetzten. Also im Endeffekt habt ihr nicht nur bei der Cockpit-Kamera, so wie in den Vorgängerspielen, sondern auch entsprechend bei der TV-Kamera, glaube ich erstmals die Möglichkeit, sie zu versetzen. Und ich kann euch jetzt mal für den Ferrari meine optimalen Einstellungen zeigen, da habe ich oben 1,00, dann habe ich in der zweiten Einstellung 0,95, 0,2 bei der dritten Einstellung beim vertikalen Versetzen und beim Winkel habe ich entsprechend minus 0,75. Und damit sieht man das Lenkrad, damit sieht man auch ein bisschen vom Helm und natürlich die Seitenteile und allgemein auch die Strecke. Das sieht allgemein ziemlich, ziemlich cool aus und ich kann euch das mal ganz, ganz kurz hier zeigen. Ihr merkt es vielleicht, ich nehme gleich ein Sebastian-Vettel-Gameplay hier auf dem Hockenheim-Ring beim großen Comeback auf und jetzt schauen wir uns das Ganze mal ganz, ganz kurz an. Also so sieht es insgesamt aus und es geht in die Einführungsrunde. Also Leute, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Das war ein ganz kurzes Infovideo, ihr werdet noch weiteres Material von mir sehen entsprechend und ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch geholfen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und ansonsten schaltet auch in den anderen Folgen ein. Haut rein! Und dann geht es euch, ihr werdet noch weiteres Material von mir sehen.